Hallo und herzlich Willkommen bei Let's Survive und heute dabei ist der liebe Chris. Guten Tag. Wir werden heute auf jeden Fall, also ich habe zwar keine Vorurteile gegen meine beiden BVP-Leistungen, aber ich glaube es wird ein Debakel. Wie oder wie siehst du das? Ja, nö, nö. Einmal man mit dem Thema, wenn ich gerade im Kampf bin und das ist nicht einfach dabei. Hier mein Zimmer, Frame ein Brüche, einzu... Einzudingsum. Na ja, das ist schlimm. Ich kann ja mal gucken, ob ich bleiben. Dann noch etwas optimieren kann bei dir. So, um. Das ist die Frame ein Blüttel, 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 Blüttel. Die Frame ein Brüche können wir werden. Ja, äh, so. Da die Runde in Stand wird, verzeißen mir, Alex, es kommt heute keine Playlist, einen Tag, ja. Acht, sieben, und wenn sie wir müssen, du. Ja, ich stehe so. Ach, du bist das Glück, okay, ich bin schon zu mir daher. Jaja. Scheiße, ich hab's denn mal nicht so schmerzt, vermute ich brauche. Ich hab's mir drauf. Das ist das Bild, das finde ich nicht richtig. Ich bin ja hier, ich bin da Karl, ein wecker, the� Barriate recommends, war letter dovscheinlich. Oh, es ist egal, so nicht. So. Auf jeden Fall. Die Google eigene Bildung. Pass her ist das говорить, Mensch lässt wird. Unruh decía 他follow soll ist es sein. 오 datasets. um das ist nicht mehr als der Weg hier und die Koppel komplett über ich weiß nicht wo du bist aber okay ich bin bei dir mit Achilles und Schuss neigert okay ins Wasser ist vorbei Traumhaft gut ich hab ein bisschen zu essen Triebe ist das ein Triebier Brunnen sind was zu essen da oder Meloden kannst du abbauen hier ist noch eine Melone ich bin vertreten als eine Melone also aber gehst du gehst über und rein hier ich hab's gefunden bei Meistern was ist sowas hier ist nur draußen da war ich gerade ist da irgendwas ne gut Pumpkins kann, da muss man eine Melone do it you, dass die Melone vergessen und Pumpkin auch Pumpkin, ach komm, man, nicht, aber komm, da rein, komm, da rein, komm, da ist das ist genau okay gut, ich bin die meinung daher gut so ich bin die das ist ja also das ist ja die haben wir wasIsmer ist zu tun, das ist ja nach nun mal war bei uns immer zu der und sind nicht so dass nicht und die Träger und die Zeit später und wieder im Goldstiefel das muss folgen die aus dem Raum und sich in Ordnung es ist nochmals die Morte zu reiten was mir gibt da ganz gut haben er ist immer mit der Entschuldigung Karten Mensch ich werde nicht so aus wie gesagt und die Gnade machen weiter ich habe sie genau so wie es ausgedrückt er gibt es einige Zellen und so ein Rhein und so und noch mal und so hat jemand da müssen die Menschen kommen kommt jetzt soll man das war und macht sich keine Sorgen sogar wenn wir im Team zusammen sind eben geben man ist in der Küste wir hatten heute Steinschwert als Schwerd Steak und Weizen das ist ein er sollt man und er wird du kannst noch gut ist der Scherz und sind trotzdem aus dem als es braucht so gut zu hören und dann kommt da ich bin da und sie von anderen Seite ich weitergegangen da kommt einer ja das das habe ich schon mal durch gehabt dass wir schon mal attackiert und nicht nachher nicht zurückgehalten und sollte und so ist nicht weitergegangen bei der guckt hat was du gesagt der Katze steigert noch aus der Welt zu kommen zurück und das steigert aus wird das musste du kälst mich und sind ja und das was wie möglich aber müssen die Kiste jeder da die andere Richtung nur zu sehen nein so ist es nicht alles gern als sie ist eine der andere da und so gehen soll nicht in die Richtung nicht mehr kommen aber hat zur Fahrer und Traum er ist hier und ich bin ein bisschen er hat uns überhört und erledigt werden ich guck mal ich glaube der ist über dir ich gehe mal jetzt aus der Hölle raus ich will es hoffen wo ist der heben ist der Ausgang na der ist oben und der ist super gut eck mit der Ausführung aus zumindest das sind die sich nicht so gut eingetragen wird man direkt getötet rückgottet rückgottet guck so muss man eigentlich auf den Namen wurden nein ich meine es ist sagt er kommt ein gekoppelt ich hatte einmal zu gucken auf den Namen oder die Tatsache zu kommen das gerade und weggelaufen bin und ja wohl gewarnt hätte wenn er aus der Richtung gekommen wäre hier ist jemand die Kompetenber ich hab nur das gesagt was du gesagt hast mann ja ja du rufst er kommt er kommt er wirklich ich werde zu checken wer da vielleicht kommen könnte ja wer könnte denn er kommen ja ich habe keiner das sage ich doch ja ich ich rede gerade wie du mich umgebracht hast ach so ja Alter da hab ich glaube ich gedacht so ja da kommt er ja da kommt er ja ich bin da noch ein bisschen ich darf mal zu gucken wer da kommt ja ich bin da drauf ich bin 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 ich ja nun er hat man gut wir sind auch da aus dem Opfer aber er hat wohl hier war gut und gut haben nicht gut und das ist der Kuh UU sie ganz haben muss was er schon am Ruhig Prozent habe ich davon was nicht auch nicht muss man sagen wenn jemand kommt ja du musst du mir jetzt Bescheid sagen ja ich dachte da ist gerade einer Alter voll die Panik gekriegt schon ich stehe nichts mehr zu sein oder geh ich weiter ach schreck mich so alter du lager so in meine Ohren, rönt dich mal, Alter das ist jetzt leider nicht mein Urgerät das hat uns noch mal lohnen aufm weise ok ich stehe gerade gerne zu sein weiter hier war aber schon niemand hat hier jemand, ah hier ist jemand gestorben, aha brauchst du aber nicht das Geld, das hätte mir nicht besseres ähhhh davon kommt er noch übrigens Scheiße, da hat ein Bogen war aber daneben oh fuck 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 ich hab verlieren halt ein Eisending, ja, ja ok, ok, ich bin tot ne, wirklich? ja ich hab's nicht gesehen ja man ich hab's gesehen im ewigsten Kampf 5 aber wir gehen auch in den 19 es geht um die die Prozent höchstens hat wenigstens eingetreten wir haben in zwei Hälfte in der Hälfte die Freizeit zu getötet nun respekt an auch auch und 2 2 das ist bei dir los die Tanten dran Klang hat ganz gut das Forum die Erfüllung ist immer da das ist nicht mehr der Überlebenskünstler der immer am längsten überlebt dort trotzdem kein Töte im Tietchen und noch mal ein Bildspunkte zwischen uns heißt es ja so vorlaut waren ich war mal durch und muss den zwischen es gibt mt okay aber das ist ein bisschen für die Sekunden seitdem wir sind wir hier die Schuhe entdeckt ist nebeneinander schau mal nach rechts ich nehme die Kiste direkt vor mir ja ja die LR die LR zu erschützt nicht konzentrieren ich bin ich habe statt ich habe Diamanten Schüssel und für Schneeballer das ist immerhin immer anders vor dir jetzt mittlerweile Ah, der hat einen Geheingang gefunden. Scheiße, ja, ich hab nur zwei Eisenbahnen. Ja, geil. Hansa, wo kannst du denn lang, mein Gott? Nein, ich komm nicht mehr. Da hast du gerade voll die Rüstung verpasst. Ich hab auch einen Stein schrattet. Ja! Ah, mach doch mal was! Oh, Idiot! Oh! Bist du aufgestorben? Nein. Gut. Dann spektatere ich dich jetzt. So, hier, Giraffe. Hast du mein Tier und mein Eisenschwert? Äh, Eisenzeug? Gut. Also, Vortier, links, rechts, hier oben ist... Er kann doch so ein Arsch. So, rechts, andere Richtung, hier ist noch eine Kiste. Hier oben gleich, warte, hier oben ist nichts. Also, keiner, meine ich. Kann man da runter? Ach, hier oben ist ein Geheingang. Komm mal, geh mal hier ganz hoch, was in der Kiste? Gut. Hier ist ein Geheimer, hier geht's runter, kannst du runter springen? Nein. Das ist gut, wenn du jemanden bist. Moment. Äh, da ist jemand, der ist vielleicht in Glück gehabt. Alle, der hat Ledererzeug. Da kommt ein paar Jahre Achtung. 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 wie geht das auch hier oben oder was die im Hauptgebäude Rieh die Bundeskiste kommt man an die politischen Rand von hier unten wahrscheinlich Schieber abflüssig ja hier wenn sich gefordert könnte ich da auch mit positiv bewertet wird kann man nicht tun zwei schrecklich ja schreibt in die Kommentare die Schichtspiel worden nun geschreibt sich nicht rein zu sehen nichts und aber auch gerne da lassen und für das sehen wir uns bei jedem nächsten Mal schüß